So, Kick mit Herz 2011 war für mich persönlich ein toller Erfolg. Nicht nur, dass wir gewonnen haben und die Erze in den Boden geschossen haben. Ich habe auch das alles entscheidende Tor geschossen. Das war sensationell. Die Stimmung war großartig. Das Wetter war schön. Deswegen hoffe ich, dass ich 2012 dabei sein darf wieder. Und ich hoffe, ihr auch. Unbedingt reinschauen. Kick mit Herz 2012.